Mit Bild hoch oder Position 1 kannst du übrigens die Cam von deinem teammate anmachen Bild hoch? Die was? Bild hoch, ja Tatsache, ja stimmt Ich sehe Vince, ja stimmt Tatsache Sehr schön Okay, ready? Ready 3, 2, 1 Achso, mit X könnt ihr den Feuermodus umschalten Was? Mit X kannst du den Feuermodus umschalten Okay, fließ ein Fließ ein Jo Bereit Ich geh zur Tür Achso, bist du dabei, ja Alles klar Gut, dann Vince wieder rechts neben der Tür aufstellen Raum scheint frei Alles klar, Vince rechts neben der Tür Frei, links möglich Einfall von Kontakten Willst du rechts neben der Tür? Ja, eine Sekunde Ah, okay Okay Ich muss meine Kopfhörer noch verschieben Hahaha, okay 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 Wollte, hier geht zuerst rein? Checken, ob offen ist Wenn offen, dann 3, 2, 1 und Co Ist offen 3 2 1 Achso, ist drin Entschuldigung, ist zu Ja, man sieht es leider im Vorfeld nicht Das ist Siehst du ja auch nicht Ne, eben Das ist, du bist an der Tür und denkst so, los geht's und zack Ne, ist doch nicht Äh, ist doch nicht offen Wie gesagt, blau fließt wieder ein Okay, ready? Äh, rot geht dann rechts 3, 2, 1 Ja So verstanden Entschuldigung Alles gut Nochmal, 3, 2, 1 Show me your hands, now! Get those hands in the air! Okay Show me your hands Rechts, sicher Ab den linken Bereich Links sicher, Flur sicher Haben wir noch Waffen abchecken? Keine Waffen gefunden Tür links, keine Kontakte Öffne Tür Was war das? Ja hier, Bretter Ah, okay, alles klar Äh, gut Dann, äh, erstmal die Tür links Also hier, äh, um die Ecke links rum Wir schauen erstmal durch beide durch Am besten durch alle Ich schau mal durch die hier Okay, hier ist nichts zu sehen Hier ist ne Treppe nach oben Hier werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal, äh, n Blocker setzen Ja Scheiße, wie war das? Null? Ne, neun Null War das Scheiße, ne Ah, ne, scheiße, ich Ich kann schon setzen Ist gesetzt Ah, okay, gut Alles klar Dann sichern wir erstmal den unteren Bereich hier Hemi ist bereit zum Turfeln Ja, äh, ähm, keine Kontakte Vince wieder rechts Ja Vince macht dann die Tür wieder auf Und, äh, ihr, äh, fließt ein Ja Ja Fall in Okay Geht runter und legt deine Hände hoch! Ah, Mist Okay, bereit Ja, dann los Direkt waren keine Kontakte sichtbar, oder? Ja Ja Hab ich gesagt Okay, soweit Clear Sehr gut Dann zurück Äh, Waffen sind hier wahrscheinlich auch keine Also Wir nehmen die Tür, die da ist, nehmen wir gleich Wir checken jetzt erst nochmal kurz Ach, der Raum ist schon offen Ja, war gesichert Ja, ist klar Ich hab eben gecallt, ja Dann gehen wir weiter nach unten Okay Okay, äh, ich hab gecheckt, keine direkten Kontakte Alles klar Ähm, Vince geht vor, weil er die Nicht-dietale Waffe hat Ja Alles klar Äh, ich bin bereit zum Öffern Du auch? Jo Drei Zwo Eins Geisel Ja Wieder Kontakt Einer sichert die Tür Ab die Tür Ab die Tür Direkt mal drunter durchgucken, wenn du kennst Der ist Äh, roger Notify EMTs, keep us informed Selbstgebauter Tunnel dahinter Scheint frei Okay Okay, dann wieder, äh, ähm, Simius öffnet, Vince geht vor Jo War nämlich eben, weil, äh, Vince ein bisschen getrampelt ist Hehehe 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 So Drei Zwo Eins Letzter Mal ist durch, ich bin dran Und trampelt schon wieder Safe Hier ist noch ne Tür Okay, wie gesagt Tür erstmal wieder checken Geh doch mal mit Shift Geh doch mal mit Shift Also nicht drücken, gedrückt halten Stimmen sind hinter der Tür Und Toggle Okay, bewaffneter Kontakt drin Okay, dann flashen Öffne Tür Flash raus, Flash raus Tür öffnen, Flash rein Flash bereit Tür wird geöffnet Trennen Sichern, sichern Sichern Ich bin stuck hier Du blockierst Ja, natürlich Sichere die Geisel Lege die Waffe hin Habt ihr Waffe? Ja, sehr gut Ich sichere die Geisel Ich sichere die Person Ja, gut Du musst mich aus hier raus, bitte Es ist einfach so Oh, bitte Alles sicher? Ja Ja, wir gehen nach oben Wir gehen jetzt im Schnell Also, schneller Okay, warte ich Bereite die Flasche wieder vor So, Vince geht wieder vor Siegnius hat die Flasche in der Hand Nein, ich hab die Flasche in dem Granatwerfer dran Ach so Ach du hast einen Granatwerfer am Start Ja Ah, alles klar Okay, ja Vorbereitet hier Ja, sehr gut Okay So, wir müssen zu der einen Tür, die wir geblockiert haben Genau Das müssen wir, glaube ich Remove a Blockade Ah ne Wo waren das noch? Ach hier Ah Okay Vince ist wieder der Das, das, das Das Moving Element Und, äh Symbius öffnet die Tür Und, äh Lumberjack sichert Okay Okay Bin hinter dir Alles klar Bin soweit bereit Und immer nur so ein paar Meter vorne Also nicht direkt vorstürmen Vince? Jo, ready Okay 3, 2, 1 3, 2, 1 Auch wenn es, bitte Tu mir doch mal den Gefall Geh langsam So, ich bin hinter euch Sicher nach hinten Soweit sicher Okay Sicher rechts Sicher rechts Situation hier Nur links Und Vertakt Sicher Ältere Frau Sicher Sicher Leistungswiderstand Pepper Spray Genau Ja Der Geräusch ist gesichert Ja, sehr gut Ich bin bereit 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 Sehr gut Sehr gut gemacht, Jungs